Okay, ja, geh mal noch ein Stück nach links. Ja, warte, genauso nochmal. Super, danke. Hast du irgendwas mit deinen Haaren gemacht? Äh, wieso? Du siehst irgendwie anders aus. Also, eigentlich ist Styling nicht so meins. Ich will, dass meine Mitschüler nicht so sehen, wie ich bin. Also, ganz natürlich. Können wir jetzt das Interview machen? Mhm. Ein komisches Gefühl, so vor der Kamera. Das letzte Mal, als ich gefilmt wurde, war das, glaube ich, für das Einstein-Video. Was uns, also unser Internat, dann am Ende auch gerettet hat. Und jetzt stehe ich hier, als eure Schülersprecherin. Apropos, was ist dein Programm? Katizo. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Das ist ein Programm aus Yoga, Pilates und Kampfsport. Es ist zwar ziemlich anstrengend, aber es lohnt sich. Müsst ihr unbedingt auch mal ausprobieren. Das findet ihr im Netz unter katiundfitness. Ja, gut. Aber was sind deine Pläne fürs Einsteigen? Ups, ihr seid ja immer noch da. Das hätte ich schon ganz vergessen. Denn ich bin gerade in einer anderen Welt. Fantasy. Ich liebe Fantasy. Und wie sieht es mit der Realität aus? Also, die Leidenschaft habe ich, seit ich sechs Jahre alt bin. Denn da hatte ich Masern und Windpocken und konnte die ganze Zeit nur im Bett legen. Also... Katzi, es reicht. Sind wir denn schon fertig? Ja, ich bin fertig. Und der Expressleser auch. Mann, das hier ist keine Ego-Show, sondern ein Interview. Also, was hast du als Schülersprecherin mit unserer Schule vor? Ja, ich bin fertig.